Moin Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder hier dabei seid am Vorweihnachtsmorgen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Vorweihnachtsmorgen. Heute das Thema Max Prisicco. Wir reden darüber Transfernews nach dem Intro. Hi RealNiko. So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RealNiko. Mach weiter so. Ja, Freunde, bevor wir mit dem Video loslegen und über Max Prisicco reden, ich habe auch ein Video zu Max Anfang gedreht. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ist das nicht auf diesem Kanal? Kann ich ganz einfach sagen, morgen ist Weihnachten. Ich weiß, dass der ein oder andere von euch genauso Werder Bremen lebt wie ich. Und von daher wollte ich euch das selber überlassen, ob ihr zu dem Thema noch mal was hören wollt oder nicht. Daher ist es auf dem zweiten Kanal. Erster Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr was darüber hören wollt, wenn ich mit Max Anfang, dann checkt das Video gerne ab. Wenn nicht, auch vollkommen okay. Ey, ich will hier niemandem jetzt schlechte Laune einen Tag vor Weihnachten geben. Hallo, denn wir schauen jetzt erstmal auf Max B. Suschkow. So, wir tun dafür die Facecam mal dahin. Wir machen die dann auch mal ein Stück größer. Groß, weißt du? So, Max B. Suschkow, die Nummer 7 aus Jan Regensburg. 1,87 groß, 24 Jahre alt, spielt im zentralen Mittelfeld, ist 2 Millionen wert. Und, jetzt der Knackpunkt, hat nur noch Vertrag bis 2022. Heißt, ein halbes Jahr. Jetzt gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der es schon gecheckt hat. Der weiß, oh, Blutabend. Wenn Regensburg noch mal Gelb mit ihr machen will, dann müssen die den verkaufen. Richtig. Wenn Regensburg noch mal Gelb mit ihr Besuchskopf machen möchte, müssen sie ihn jetzt im Winter verkaufen. Sonst ist er im Sommer ablösungfrei weg. Top-Kandidat des Wechsels ist momentan Spartak Moskau. Aufbezügensweise, da gab es jetzt auch schon den einen oder anderen Gerücht, dass das jetzt nicht mehr so funktionieren sollte. Und auch Werder war ja schon im Sommer, bzw. nach der Sommertransferphase, an ihm interessiert. Und ist auch laut mehreren Insidern immer noch interessiert. Und da soll wohl auch Bewegung reinkommen. Jetzt ist die große Frage, kommt da Bewegung rein für den Winter und eine Ablöse wird noch mal geblecht für Max Besuchskopf? Da ist die Frage bei der finanziell schwierigen Situation, wie hoch ist dann die Ablösesumme? Ich bin mit Sicherheit, ich glaube, wenn man da auf eine vernünftige Summe sich einigt, könnte das auch reizt von Dingen sein. Sonst eher im Falle am Ende der Saison und da dann auch wahrscheinlich eher nur bei einem, also im Fall des Aufstiegs. Sonst sehe ich da so ein bisschen schwarz, aber ja, das ist momentan ein Gerücht, was sich auch hält. Wir müssen auch kurz darauf zu sprechen kommen, was kann denn Besuchskopf, also welche Positionen? Zentrales Mittelfeld, Offensivs Mittelfeld, Defensivs Mittelfeld. Das heißt, sowohl auf der 6, auf der 8 als auch auf der 10. In unserem aktuellen System wäre das aber eher wieder jemand, der für Romano Schmid oder eben auch für Bittencourt spielt. Daher weiß ich das nicht. Also sehe ich nicht als absoluten Defensivmann, sondern eher so einen davor, wieder in der 8. Position. Davon haben wir eigentlich schon einige im Kader. Dennoch hat er natürlich ein gutes Stadion vorzuweisen von 80, 17 gemacht, 5 Tore dabei, 2 Vorlagen und 2 gelbe Karten. Auch mal dazwischenhauen, immer wichtig und richtig. Jetzt die Frage, würdet ihr Max Besuchskopf bei Werder gerne sehen wollen? Sagt, ja hör mal, ist guter Mann, hol mal ran jetzt hier. Oder sagt, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Vorweihnachtstag. Ich habe es heute gesagt, Vorweihnachtstag, das ist ja perfekt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dahin, euer Ulrich Niko. Ciao. 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 Ciao.